Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge von ANO2205. Wir waren gerade bei der Mission, wo wir jetzt versuchen unser Schiff hier durchzuschlängeln und die Rohstoffe zu holen. Das machen wir damit wir neue Ressourcen kriegen für die Upgrades und dafür müssen wir auch schauen, dass wir die Sachen einsammeln ohne von der Drohne erkannt zu werden oder gesehen zu werden. Oh, oh! Gut, das war knapp jetzt aber, herhin. das letzte noch oben ich habe ja bescheißen ne, die bewegen sich auch schneller also bescheißen, also ne, also ich bescheiß natürlich nicht, also würde ich nie machen ne, aber es hat mir das Wunder genommen, ob man durch Beschleunigen schneller da durchkommt aber auch die Kreisbewege sind schneller, seht ihr? Moment mal ah ja genau, hier abgeben so, schlagen wir nochmal, damit wir schneller am Ziel sind wir haben gleich wieder unsere 2 Millionen die Brillanz von plus 15 müssen wir haben 50.000 für die erste Region, das wird schon heftig aber seht ihr auch, wir haben zur Zeit keine Bedürfnisse auf diesem Ort, oben rechts ist nichts angezeigt sehr schön ihre Entscheidungen sind gut und ihre Ergebnisse sind sogar noch besser, sehr schön ok Usoyev Inc. ist eine Größe in der chemischen Industrie diese Firma könnte sich als wertvoller Partner erweisen so, versuchen wir das hier zu steigern 815, das weiß ich noch nicht oh, wir müssen noch einen bauen wir haben hier nichts mehr ok, wir müssen einen weiten Hafen anpeilen wir tragen alle hier wir müssen hier hin geht nicht anders wie beanspruchen von allen Eisklumpen hier draußen hätte ich mich auch für den hier entschieden ja, der weiß ja schon, der weiß wie fehlt der na gut so, Küssengebiet hier so, jetzt haben wir das mal geschafft, jetzt geht der Counter weiter hier jetzt können wir schauen was uns sonst noch fehlt Quantencomputer natürlich, genau das war's ja so so U7 uns fehlt wieder was natürlich das nächste Teil und jetzt fehlt uns wieder was und zwar Super Kühler so so es ist ein ein einziger Quantencomputer noch und den können wir hier nicht mehr bauen na gut, dann machen wir jetzt mal jetzt hier ein paar Häuser weil wir es können was jemand fragen wollte wieso hier können wir eigentlich auch noch Häuser bauen so die möchten hier Gemeinschafts Zweck Gebäude wir haben zu wenig Energie was wir das haben doch genau kein Kraftwerk gebaut oder ja klar damit auch zu wenig wieder nein ich habe es vermutet dem weil ich es gebaut habe gedacht wahrscheinlich reicht es jetzt nicht mehr so jetzt geht es weiter jetzt wird es vor vor mir dann ne jetzt haben wir zu wenig Nahrung Fisch wie wir jetzt schon wieder alles ausgegeben haben was wir hier lange produziert haben ist einfach abartig und mehr Korallen wo waren die jetzt wir haben doch irgendwo noch welche dachte ich mir da zu wenig zu wenig ok zu wenig ok ok jetzt müssen wir beim Quantencomputer jetzt müssen wir beim Quantencomputer wir waren hier eigentlich im Ausbau noch nebenbei hier hätte ich noch Häuser bauen können so wir haben die 2 Millionen Marker wieder gesprengt so grundsätzlich muss die Straße gar nicht so verlaufen wir können die Straße nicht mehr so setzen eigentlich achso warte mal ich sehe das doch nicht weil hier die Straße ja verengt wird wie groß ist das Ding denn maximal 6 Einheiten breit hat schon eine Hausnummer ne wo haben wir es hier hin wo haben wir es hier hin huuuu ok jetzt machen wir von denen wieder ähm jetzt habe ich die ganzen upgrade Sachen wieder verballert ich glaube es ja nicht aber wir sind ziemlich nah jetzt gekommen uns das alles hier selber zu bewirtschaften ganz leicht ganz leicht tut es das trotzdem wieder nicht ganz leicht tut es das trotzdem wieder nicht Strom fehlt es wieder ach du scheiße wir haben zu wenig Strom das ist echt nicht verfeierlich hier unsere Probleme so wir brauchen mehr Strom wir brauchen upgrade jetzt fern der Pole reden die Leute danke dass du mein Kleid ok das bringt irgendwie gar nichts ja habe ich auch gemerkt ok warte dann müssen wir den das einfach mal ausschalten dann gehe ich anders ähm ja wir haben kein Geld mehr so Anzüge wäre es das nächste die haben wir überhaupt kein Transfer damit wie sieht es denn aus ähm ressourcentechnisch haben plus 7 ja da könnten wir ja ein Transfer machen Anzüge von hier nach da bestätigen Anzüge von hier nach da Verbindung wird hergestellt Verbindung wird hergestellt es scheint zu funktionieren ne ich sehe es sowas weil ich extrem viel habe des hooooh da würde ich plus 5 Moment mal, ich bräge da jetzt was. Ah, die Bilanz wäre Minus dann. Okay, dann bringt es mir gar nichts. Ja, das wird schon wirklich teurer. Es muss dann sein, bis es sich das lohnt. Schön, Sie zu sehen. Was beschäftigt Sie? Es wird immer teurer. Es wird immer teurer. Aber jetzt noch 3 Millionen, jetzt ist es schon 3,3. Sie werden uns dumm und dämlich kaufen. Da haben wir zwei. Das ist 2,2. Hier. Ja, die wurde auch ein bisschen teurer. Gut, hier läuft es auch ein bisschen langsam. Wir haben sie geschafft, ne? Es fehlt noch so viel, ey. Es fehlt noch wirklich so viel. Okay, schauen wir uns mal in dieser Stadt hier an. Wie wir am besten unsere Leute noch Glück machen können. Und sprechen, einen Fortschritt zu erwirtschaften. Das ist echt die Frage jetzt. Wie wir am besten jetzt vorgehen. Das ist ja hier der nächste Schritt, das sag ich. Ah, guten Tag. Was machen Sie denn so? Jetzt plötzlich werden Sie nicht befördert, weil ich da bin, oder wie? Warum nicht plötzlich denn jetzt? Boah, meine Bilanz geht ja hoch. Was? Wie ging das plötzlich? Schau mal, wie meine Bevölkerung explodiert. Boah. Aber die explodiert ja wirklich förmlich. Die Bilanz haben ja auch gleich. Boah, schaut das an. Hat es erst jetzt reagiert, wenn ich da in den Ort komme, oder was? Wir haben gleich wieder eine Stufe. Wir sind jetzt auf Platz 2 der erfolgreichsten Firmen. Ja. Neue Gebäude freigeschaltet. KI-Montage-Fabrik. Android-Fabrik. Und jetzt haben wir auch gleich schon wieder ein neues Level dann. Das haben wir auch geschafft. Über 50.000 Bilanz. Okay, jetzt levelereich wir wahrscheinlich noch nicht ganz. Das wird wahrscheinlich zu knapp sein. Es stoppt nämlich schon langsam. Ja, vielleicht weißt es doch. Wir werden es gleich sehen, ob wir noch auf Stufe 32 kommen wollen oder nicht. Was ist das denn hier? Für den ersten Aufstieg. Kontolimit plus 100.000. Achso, stimmt. Wir haben ja einen Kontolimiter. Achso. Lol. Man kann gar nicht... Aha. Und wenn ich jetzt Geschichte anstelle, könnte ich gar nicht so weit hochkommen mit dem Geld, weil ich ein Limit hätte vom Konto. Okay. Oh nö. Schaut euch das an jetzt. Jetzt hält es dann an. So mickiger 50 oder so vor Schluss. So, es fehlen noch 40. 30. Oh man. Nein. Es geht nicht mehr weiter. Nein. Noch 20. Äh, ich habe verfallen. Scheiße. Vielleicht geht es ja doch noch. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Ja, weil wir 17 wären noch. 17 Leute. Gut, ich kann das neue Implantate-Ding bauen. Wahrscheinlich hätte ich die Leute. Kommt, schauen wir mal. Ja, ja. Wir schauen uns mal kurz mal, was wir dafür... Ja, ja. Andere Inzenteile. Investoren. Also. So. So, wir müssen hier eh nur die Fabrik hinbauen. Machen wir die Heelen. Oh. Natürlich Strom. Was? Scheiße. Wir waren zu schnell. Äh, zu sp... Ich koste 6.000. Ach, du heilige Scheiße. Na gut, warte mal. Wenn wir das hier hinbauen... Ja, okay. Ist gut. Das hier. Punkt, Komma, Strich. Äh, andersrum. Okay, ich starte jetzt die Position. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Stufenaufstieg. Okay. Okay, warum hier von Gliebelabonen, ne? Ja, warum hier? Ja, warum hier? Okay, jetzt haben wir die Bilanz noch nicht ganz. Ich fehl da ein bisschen an Ressourcen gerade. Und zwar diverse Ressourcen. Ich habe nur eine oder so. Wenig Fleisch. Wenig Strom. Ich muss jetzt tatsächlich noch ein Kraftwerk bauen. Geht schwer danach aus. Die Arbeit hört nie auf, was? Okay, wir haben genug Strom noch vorerst. Ähm. So. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir brauchen mehr Bohnen. Oder Kiefer oder was auch immer das ist. Hier hast du zwei. Plus zwei, so. Ja, okay. Ich sehe jetzt eh schon ein bisschen schön am Ende der Folge. In der ersten Form werde ich versuchen, unser Limit hier wieder hoch zu kriegen. Auf über 50.000, damit unsere Position weitergeht. Und ja, darf ich sagen, dann würde ich sagen, dann würde ich schon bald daraus laufen, oder rauslaufen, wieder im Moment ein bisschen Geld auszugeben. Wir haben da ein bisschen langsam viel Geld. Oder wir kaufen uns einfach mal ein Sektor. Das wäre eine Möglichkeit. Wir werden mal sehen, wie wir es machen werden. Danke für's Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und schaltet dann die SVB rein, wenn es heißt Anno 2205. Bis dann. Tschüss.